Hossa Internet, es geht heute los mit gleich zwei Updates zu Meldungen der vergangenen Tage, denn da gab es neue Entwicklungen. Zuallererst bei den Streiks bei Riot Games, denn die haben jetzt tatsächlich stattgefunden. 150 Mitarbeiter haben gestern für bessere Arbeitsbedingungen auf dem Firmengelände von Riot Games demonstriert und wollten vor allem erreichen, dass diese Zwangsschlichtungsklausel aus ihren Arbeitsverträgen entfernt wird. Wer das nicht mitbekommen hat, Riot Games zwingt die Mitarbeiter, dass dort jegliche Dinge wie Diskriminierung oder nicht gezahlte Löhne außergerichtlich geklärt und geschlichtet werden. Das heißt, die haben keinerlei Möglichkeit, da irgendwie rechtliche Schritte gegen ihren Arbeitgeber einzuleiten. Das wollten die Demonstranten verhindern, dass das in Zukunft auch so weitergeht und einen ersten Teilsieg gibt es auch schon, denn zumindest für zukünftige Neueinstellungen will Riot Games diese Klausel entfernen. Die Mitarbeiter wollen natürlich aber, dass das alle Mitarbeiter betrifft, also auch schon die, die jetzt bei Riot arbeiten. Die Streikorganisatoren haben jetzt denen und dem Unternehmen eine Deadline gegeben bis zum 16. Mai. Bis dahin soll diese Klausel aus den Verträgen verschwunden sein oder eine bessere Regelung gefunden werden. Falls das nicht passiert, droht man weitere Streiks und Maßnahmen an. Das Ganze ist übrigens eine historische Angelegenheit, denn es war tatsächlich der erste Streik in der Geschichte der US-Videospielentwicklung. Und noch ein Update zu einer Meldung der letzten Tage. Wir hatten ja berichtet, dass es diese Woche ein neues Tom-Clency-Spiel angekündigt werden könnte und tatsächlich passiert das jetzt, denn Ubisoft hat in der Zwischenzeit bestätigt, dass dieses Easter Egg in Operation Oracle for Ghost Recon Wildlands ein Hinweis auf den Ankündigungsevent für ein neues Ghost Recon Spiel ist und das findet am 9. Mai um 20.30 Uhr statt. Alle Neuigkeiten dazu erfahrt ihr natürlich hier bei uns. Microsoft und Mojang arbeiten an einem neuen Minecraft-Spiel und das sieht ganz so aus wie ein Augmented Reality-Spiel im Stil von Pokémon Go. Da gibt es den ersten Teaser-Trailer, den Microsoft veröffentlicht hat und der zeigt schon, wie man durch die Kamera und den Bildschirm seines Smartphones Kreaturen und Objekte aus der Minecraft-Welt plötzlich auf offener Straße sieht. Mehr Infos zum Spiel hat Microsoft noch nicht veröffentlicht, will das aber in Kürze tun. Am 17. Mai feiert Minecraft nämlich zehnjähriges Jubiläum. Dazu gibt es einen großen Event und dann wollen Microsoft und Mojang dieses Spiel offiziell vorstellen. Eine neue Woche, eine neue Kontroverse rund um Borderlands 3 und diesmal geht es um prominente Synchronsprecher. Zu allererst mal den Sprecher von Claptrap. Das ist David Eddings. Der hat den kleinen Roboter in den bisherigen Borderlands-Spielen gesprochen und wurde von einem Fan gefragt, ob er die Rolle auch in Borderlands 3 wieder übernimmt und da antwortet er dann drauf, das hätte er eigentlich gerne getan. Er wollte diesmal aber fair bezahlt werden und plötzlich war er für Gearbox zu teuer. Er tritt dann auch noch nach und sagt, er will ja Gearbox nicht sagen, wie sie ihren Laden führen sollen, aber das nächste Mal, wenn 2K 12 Millionen Dollar überweist, dann solle man doch auch sicher gehen, dass das auf das Gearbox-Konto überwiesen wird und damit spielt er auf eine angebliche Bonuszahlung an, die 2K Games angeblich an Gearbox überwiesen haben soll. Die wäre aber wohl laut den Aussagen einiger Beteiligter nur an Randy Pitchford, also den CEO von Gearbox persönlich gegangen und nicht an das ganze Unternehmen. Dazu läuft aktuell aber auch ein Verfahren. Pitchford hat auch auf diese Anschuldigung geantwortet und bezeichnet Eddings auf Twitter als einen verbitterten und übel gelaunten Ex-Mitarbeiter und behauptet, man hätte ihm für seine Rolle in Borderlands 3 sogar das Doppelte der üblichen Gage für den Synchronsprecher angeboten. Das habe er aber abgelehnt. Eddings war lange Jahre Angestellter bei Gearbox, das heißt, er war nicht einfach irgendein externer Synchronsprecher, sondern hat für Gearbox gearbeitet und diese Synchron-Job-Aufgabe eigentlich so nebenbei gemacht. Jetzt hätte man ihm aber tatsächlich auch eine Gage angeboten. Von diesen ganzen Tweets von Pitchford provoziert, haut Eddings aber weiter drauf und erklärt, dass ihn der Gearbox-Chef während der Game Developers Conference 2017 in der Hotel-Lobby körperlich angegriffen und danach auf Social Media gestalkt habe. Das war also diese ganze Geschichte zu David Eddings und ihr merkt schon, die werden keine guten Freunde mehr. Jetzt gibt es aber auch noch eine Geschichte zum Sprecher von Reese, den wir aus Tales from the Borderlands kennen und das ist ja Troy Baker, einer der bekanntesten Videospiel-Synchronsprecher weltweit und von dem schreibt Randy Pitchford, er habe gehört, Troy Baker kehre nicht mehr für Borderlands 3 zurück, was Troy Baker danach sehr irritiert, denn man hat mit ihm gar nicht gesprochen und so wurde er jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Only Singleplayer wirkt er da ziemlich angefressen, als man ihn auf die ganze Situation anspricht. Warten wir mal ab, was da noch draus wird. Sieht momentan aber so aus, als würden diese beiden Charaktere in Borderlands 3 von anderen Sprechern gesprochen. Borderlands 3 erscheint diesen September. Microsoft Talk heißt ein neuer Prototyp-Controller für Virtual Reality-Eingaben und der soll Objekte in Virtual Reality-Umgebungen fühlbar und tastbar machen. Das Ganze sieht als Prototyp aus wie so ein Joystick und hat spezielle Auflageflächen für den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Daumen und an diese drei Finger werden dann über Vibrationen bestimmte Oberflächenstrukturen weitergegeben. Zusammen mit dem audiovisuellen Eindruck, den der Spieler eben vom Spiel hat, soll dadurch tatsächlich der Effekt simuliert werden. Das würde man wirklich in Gegenstand anfassen und die Entwickler sagen, man könnte damit täuschend echt Dinge simulieren, wie einen Schlüsselbund aufzuheben oder sogar so einen Stressball zu kneten. Das würde sich anfühlen, dass würde man das in echt machen. Aktuell ist das Ganze aber nur ein Prototyp. Die Microsoft-Entwickler könnten sich aber vorstellen, diese Technologie auch in herkömmliche Controller einzubauen, dass man den dann so in der Hand hat und tatsächlich auch die Oberflächen fühlen kann, mit denen man gerade interagiert. Stand jetzt ist das Ganze aber nur ein Prototyp. Ein anderer Prototyp, der jetzt als Patenteintrag eingereicht wurde, ist ein Controller, der Blindenschrift unterstützt. Muss man sich so vorstellen, dass auf der Rückseite des Controllers ein spezielles Display ist, das dann Breitschrift ausgeben kann, damit blinde Spieler eben lesen können über dieses kleine Display, was auf dem Bildschirm, auf dem großen Bildschirm gerade vor sich geht. Außerdem sind da auch sechs Paddel an der Seite angebracht, durch die man dann auch Breitschrift eingeben kann. Microsoft ist ein ziemlicher Vorreiter auf dem ganzen Gebiet der barrierefreien Spiele-Controller. Die hatten ja vor kurzem erst den Xbox Adaptive Controller veröffentlicht. Und noch eine Meldung von Microsoft, das könnte was ziemlich cooles, könnte aber auch was ziemlich langweiliges sein. Momentan wissen wir es noch nicht, denn der offizielle Xbox-Kanal twittert diesen mysteriösen Clip von Feuersbrunst und danach sehen wir so eine Schuppenrüstung und ein Wappen. Und das erkennen Game-of-Thrones-Fans natürlich als das Familienwappen vom Haus Targaryen an. Dazu ist ein Text abgedruckt und der heißt And Now Your Wait Begins, Stay Tuned. Das könnte jetzt natürlich alles sein. Könnte ein neues Xbox-Spiel im Game-of-Thrones-Universum sein, könnte aber auch einfach nur eine Xbox-Konsole mit aufgeklebten Haus Targaryen-Wappen in so einer Rüstungsoptik sein. Momentan wissen wir es noch nicht. Interessant ist es deshalb, weil es seit einigen Wochen die Gerüchte gibt, dass die Dark Souls-Macher von From Software mit George R. R. Martin gemeinsame Sache machen und dann wäre natürlich ein Game-of-Thrones-Spiel irgendwie naheliegend. Auf der anderen Seite ist in diesen Gerüchten zu From Software und George R. R. Martin immer die Rede davon, dass das über den Publisher Bandai Namco passieren soll. Offiziell beschädigt ist das nicht. Wäre aber irgendwie seltsam zuerst auf dem offiziellen Xbox-Kanal und nicht von Bandai Namco selbst davon zu hören. Das letzte große offizielle Spiel zu Game-of-Thrones war die Telltale-Abenteuer-Reihe und die ist immerhin schon von 2014. Die Netflix-Serie zu The Witcher ist offenbar abgedreht. Das berichtet die Fansite Redanian Intelligence. Die hat nämlich gesammelt, was verschiedene Darsteller, Produktionsleiter und auch Regisseure geschrieben haben auf Social Media in den letzten Tagen und da verabschieden sich viele entweder vom Drehort oder aber von der offiziellen Abschlussparty der Dreharbeiten. Einige letzte Nachdrehs soll es noch geben, aber dann wären die Arbeiten abgeschlossen und das wäre genau nach Plan, denn Ende 2018 wurde schon prognostiziert, dass man die Drehs entweder Ende Mai bzw. Anfang Juni fertig hat, also wäre man sogar ein bisschen früher fertig geworden. Jetzt bleibt also noch knapp ein halbes Jahr Zeit für weitere CGI und Nachproduktion, denn starten soll die Serie mit Henry Cavill als Gerald von Riva in der Hauptrolle Ende 2019. Das war's für heute mit den News. Nochmal ein großes Dankeschön an euer Feedback der letzten Tage. Ihr merkt, wir verbessern dieses Format, probieren gerade ein paar Sachen aus, bauen neue Rubriken ein. Erschreckt also nicht, wenn wir in den nächsten Tagen auch mal wieder ein paar andere Rubriken ausprobieren. Euer Feedback ist da Gold wert. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.